Wir haben ja bereits im großen Maße über die Arena hinter uns berichtet und nun darf ich ganz herzlich den Architekten neben mir begrüßen. Wunderschönen guten Tag. Guten Tag. Was hat Sie zu diesem Bau inspiriert? Nun, es war ja ein Wettbewerb dieser Bau und der Gedanke war, Adidas hatte relativ klare Vorstellungen, wie die Arbeit organisiert sein sollte in dem Gebäude und es ergab eigentlich ein dreigeschossiges Gebäude. Und wenn wir uns umschauen, hier sind die Parkhäuser so hoch und außerdem wollte man, dass das Gebäude zeichenhaft ist und aus der Entfernung wahrnehmbar ist. Also haben wir das Gebäude geplant, wie gewünscht und haben es so hochgehoben, wie wir konnten und drunter dann die Landschaft geformt und das ist der Eingang zum Campus. Wir haben schon gemerkt, es ist ein sehr offener Bau, also man hat Luft und Platz zum Atmen und zum kreativen Arbeiten. Hat man darauf explizit Wert gelegt? Ja, das war der Auslober, also der Bauherr und Adidas hatte klare Vorstellungen, die sich dann im Planungsprozess verfeinert haben. Klare Vorstellungen, wie man das organisieren sollte und weiterentwickeln sollte. Und so ist das dann entstanden. Vielen Dank, Herr Wenisch, für das kurze Interview. Danke.